sag hallo zum neuen kindle scribe amazon baut seit über 15 jahren e-reader und hat dazu beigetragen diesen markt zu dominieren und immer mit guten ideen seine produkte verbessert jetzt ist es an der zeit ein neues produkt zu testen denn amazon hat mit dem kindle stripe seinen ersten kindle e-reader mit schreibfunktion vorgestellt damit tritt amazon in die konkurrenz mit anderen herstellern von schreibtablets mit e paper display wie zum beispiel remarkable alles ist noch mal zum schnelleren nachschauen in kapiteln aufgeteilt und wenn du dich für weitere neue amazon geräte interessiert dann check doch einfach mal meine playliste in der du alle geräte aus dem aktuellen jahr findest und wenn dir dieses video gefällt gibt mir gern ein like und ein abo um weitere videos nicht zu verpassen und jetzt wünsche ich dir viel spaß beim anschauen als erstes schauen wir uns mal an was der neue kindle zu bieten hat die verpackung kommt wie wir es schon kennen in einem freundlichen himmelblau 99 prozent der verpackung dieses geräts bestehen aus holzfaser werkstoffen die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten wäldern oder recycelten quellen bezogen wurden das finde ich sehr gut vorn der neue kindle scribe hinten einige beschreibungen was der neue so alles zu bieten hat wenn wir die verpackung öffnen dann sehen wir schon wie bei den letzten produkten eine sehr sortierte verpackung mit papier und karton im paket enthalten der neue kindle mit der bedienungsanleitung weiteren hinweisen dem usb c auf usb a ladekabel dem premium stift und ein kleines paket mit stiftspitzen und der montage halterung um diese zu wechseln bei meinem gerät handelt es sich um die version mit 16 gigabyte und dem premium stift es gibt aber noch andere varianten aber dazu später mehr einrichten lässt sich der neue kindle so wie man es schon von den anderen geräten gewohnt ist einfach den anweisungen folgen den kindle mit dem wlan verbinden dein amazon konto synchronisieren und schon bist du fast fertig ich sage fast weil du definitiv noch fünf minuten mehr mit einkalkulieren muss da der neue kindle erst mal ein update bekommt was in dieser zeit aber schnell installiert ist kommen wir zu den technischen daten amazon weist darauf hin das gerät enthält bis zu 48 prozent kunststoffe aus wiederverwerteten verbraucherabfällen und zu 100 prozent recyceltes aluminium groß ist er geworden 196 mm mal 229 mm mal 5,8 mm damit gehört er zu den doch größeren geräten dieser produktfamilie um die größe mal verständlich darzustellen habe ich den kleinsten kindle ebook reader mal direkt daneben gelegt und man sieht schon wie deutlich größer dieses gerät geworden ist weiterhin schauen wir hier uns noch mal den größenvergleich zum apple ipad pro 12 9 zoll an und sehen natürlich auch hier dass dieser etwas kleiner ist um wirklich noch handlich und kompakt zu wirken was letztendlich auch der fall ist auf der waage sehen wir ein gewicht von circa 432 gramm der stift er hat noch mal 15 gramm was ein gesamtgewicht von 448 gramm beinhaltet er besitzt einen 10,2 zoll großen epepper bildschirm mit 300 ppi und ist damit im moment der einzige auf dem markt der diese helligkeit bietet andere geräte schaffen aktuell 220 ppi zusätzlich verfügt dieses display über eine integrierte beleuchtung mit 16 einstellbaren graustufen die hintergrundbeleuchtung kann man manuell und auch automatisch je nach umgebungslichteinfall regeln die lichtfarbe können nutzer selbst aus einem warmen und einen kalten anteil mischen die beleuchtung des scribe macht das lesen meiner meinung nach angenehmer als beim remarkable 2 ohne hintergrundlicht auf mich wirkt der neue kindle sehr gut verarbeitet im hinteren bereich ist er komplett aus aluminium gefertigt was einen sehr soliden eindruck macht weiterhin hat er vier integrierte gummifüße welche diesem gerät festen halt bieten und ihn nicht so schnell verrutschen lassen die abgerundeten kanten bieten designtechnisch eine gute optik und machen das handling des scribe einfach noch perfekter zwischen den display glas und dem metallrand gibt es allerdings einen ein millimeter großen spalt in dem sich staub und schmutz sammeln kann wer sein gerät hierfür und gegen stürze gern schützen möchte oder es in verschiedenen positionen ablegen möchte für den gibt es natürlich im zubehör auch ideal gebaute schutzhüllen welche mit dem neuen scribe natürlich in meiner video beschreibung verlinkt sind um hier nochmal detaillierter nachlesen zu können um ihn gut in der hand halten zu können wurde die rechte bildschirmkante etwas breiter gefertigt damit man bei der benutzung nicht auf das display fassen muss was bei der täglichen nutzung sehr gut funktioniert allerdings wird er beim längeren halten dann doch mit seinem gewicht sehr schwer in der hand so dass man ihn doch bei längerem lesen irgendwie stützen oder ablegen muss von der haptik her ist der scribe natürlich für rechts und linkshänder geeignet man kann ihn hochkant wenden und drehen und das display passt sich hier den jeweiligen bedingungen an kleines mango im querformat lässt sich das display nicht benutzen da es nur horizontal mit dreht aber dieses format leider keine möglichkeit bietet mit dem scribe zu arbeiten eigentlich schade denn beim browsen im netz was der kindle übrigens auch kann ist es hier öfter mal schöner im querformat arbeiten zu können vielleicht kommt diese funktion ja noch mit einem der zukünftigen updates für dieses gerät auch wie schon bei den bekannten geräten kann man mit dem neuen reader auch hörbücher über externe abspielgeräte hören weiterhin sind natürlich wlan und bluetooth mit an bord und in den einstellungen im oberen bereich verfügbar der neue lässt sich wie ein herkömmlicher kindle e-reader verwenden bietet aber hier mit seiner größe sehr viele vorteile die bibliothek wird direkt angezeigt und ich kann meine bücher einfach öffnen und mit dem lesen loslegen die benutzeroberfläche unterscheidet sich bis auf einen reiter für notizbücher nicht von der anderer kindle reader das positive ist hier auch die größe denn hier bekommt man viel mehr inhalte auf einen blick angezeigt und im vergleich zu den kleineren kollegen wird hier die große auswahl deutlich sichtbarer gemacht was ab und zu für eine schnellere übersicht und auswahl sehr nützlich sein kann beim lesen von büchern blättern man mit dem druck auf das display um separate buttons zum umblättern wie beim kindle oasis die gibt es leider nicht die verarbeitungsqualität des scribe ist überdurchschnittlich gut beim lesen stehen uns die gewohnten und bekannten einstellungsmöglichkeiten zur verfügung um etwa den zeilenabstand die schrift oder die bildränder zu definieren die schärfe der schrift ist gut vergleichbar mit denen des kindle oasis der ebenfalls 300 ppi hat der text der lässt sich gut lesen dank der angenehmen hintergrundbeleuchtung auch in schlechten licht situation hier mal ein beispiel wie es sich liest wenn es gemütlich ist und das wohnzimmerlicht ausgeschaltet ist gerade für die nutzer die ihn gern abends zum einschlafen im bett verwenden wollen bietet der neue scribe ideale bedingungen zum lesen und zum schreiben da man hier wirklich viele möglichkeiten besitzt dieses gerät der helligkeit oder auch der dunkelheit optimal anzupassen die mischung aus kaltem und warmen hintergrund licht die kann man direkt über die schnelleinstellungen vornehmen der unterschied zu anderen kindle readern hier fällt beim lesen auf dass eine neue schwarze schaltfläche in der linkeren oberen ecke schwebt und einen zeigefinger abbildet dieses ist die funktionsleiste des eingabestiftes den wir für unsere notizbücher sowie beim lesen von büchern verwenden können wie bisher lassen sich die textstellen des kindle ebook markieren und mit einer anmerkung versehen beim scribe ist auch eine handschriftliche notiz möglich die schaltfläche lässt sich auch ausblenden wenn sie stört schade ist dass man hier die handschrift noch nicht in pc schrift umwandeln kann wesentlich spannender ist die schreibfunktion in verbindung mit dem notizbüchern die wir auf dem kindle stripe anlegen können damit wagt sich amazon in die gefilde die bislang kein kindle abgedeckt hat und für die man bisher immer ein separates gerät wie etwa ein remarkable tablet brauchte man kann unterschiedliche notizbücher erstellen hierfür hat man aktuell 16 templates zur auswahl linien kästchen planer und auch notenblätter gibt es hier aktuell als vorlage man erreicht diese wenn man im unteren bereich die notizbücher anwählt und schon ist man in seiner übersicht du kannst sie auch einzeln anwählen oder in ihnen blätter bzw ordner sortieren alle notizbücher werden auf einer speziellen seite im menü des kindle scribe und in der gesamtübersicht der bibliothek angezeigt beim erstmaligen erstellen des notizbuches einfach auf das plus oben links drücken und schon ist man in der auswahl seiner notizen hier hast du dann die möglichkeit deinen stift auf die bedürfnisse anzupassen du kannst in verschiedenen menüs bis zu fünf stift stärken individuell einstellen hierfür stehen dir dann zwei menüpunkte für verschiedene anwendungen zur verfügung dick oder dünn schreiben oder markieren alles ist möglich und in verschiedenen varianten wählbar das menü zur auswahl kannst du natürlich auch je nach bedarf auf die linke oder auf die rechte seite deines bildrandes verschieben was ich persönlich sehr praktisch finde falls es mal beim schreiben im weg sein sollte sehr gut gelöst finde ich natürlich auch die handauflage denn dem kindle scribe ist es egal ob du mit der handfläche oder mit dem ballen auf der schreibfläche liegst hier entstehen keine abdrücke oder großlinien nein es wird da geschrieben wo der stift liegt und deine hand kannst du beruhigt auch mal auf dem display ablegen was für mich eigentlich sehr wichtig ist oder für alle anderen die auch große hände haben kommen wir zum premium stift welcher in meiner bestellung inklusive war diesen kannst du bei der bestellung auswählen er liegt gut in der hand und kommt ohne batterie oder akku aus ich empfehle diesen gleich mit der konfiguration mit ein zu planen da er sonst als extra circa 55 euro kostet was viel geld ist unterschied zum normalen pen hier hast du die shortcut funktionen die beim normalen stift nicht zur verfügung stehen er bietet dir zwei seiten einmal vorn zum schreiben und im hinteren bereich befindet sich die radierfunktion der stift hat austauschbare spitzen die sich im laufe der zeit abnutzen hierfür gibt es im lieferumfang ein kleines paket mit stiftspitzen welche die easy und einfach mit dem dazugehörigen werkzeug ring austauschen kannst einfach stift herausziehen und dann den neuen wieder vorsichtig einstecken das ist wirklich einfach und in kürzester zeit zu bewerkstelligen falls es doch mal schnell gehen soll an der seitlichen magnetfläche des readers kannst du dann den stift befestigen hier muss ich sagen sind die magnete wirklich sehr gut konstruiert auch bei stärkerem schütteln oder wackeln fällt hier nichts ab im gegenteil zum ipad pencil gut gelöst hierfür gibt es von mir ein dickes lob denn nichts ist ärgerlicher aufgrund einer nicht soliden konstruktion dann den pen ständig zu verlieren und immer nachkaufen zu müssen das schreibgefühl auf dem matten glas des scribe ist vergleichbar mit dem auf dem remarkable 2 der stift gleitet nicht wie beim apple pencil auf einem ipad über das glas sondern erfährt einen gewissen widerstand dadurch fühlt es sich für mich ein wenig so an als würde man mit einem bleistift auf papier schreiben jedem schreibgefühl also mit dem der remarkable für sich wirbt das schreibgefühl des kindle scribe folglich ist ähnlich wie beim remarkable 2 der leichte widerstand beim schreiben fühlt sich definitiv besser an als beim apple pencil auf dem ipad die latenz beim schreiben ist so gering dass sie mir nicht auffällt der kindle scribe bietet weniger optionen als das remarkable 2 was die handschriftliche eingabe betrifft das gerät ist am ende eben nicht ausschließlich ein schreibtablett mit e-paper display wie das remarkable 2 sondern vor allem ein ebook reader und daher müssen nutzer kompromisse eingehen auffälligste änderung ist dass der eingabestift nicht druckempfindlich ist der stift des kindles scribe reagiert auch nicht auf unterschiedliche schreibwinkel wie es der stift beim remarkable 2 tut der letzte große unterschied zwischen der texteingabe beim kindle scribe und dem remarkable betrifft wie schon gesagt die text erkennung handschriftliche notizen können beim remarkable 2 exportiert und dabei in getippten text umgewandelt werden wenngleich auch nur im rahmen des connect abos beim kindle scribe ist das nicht möglich handschriftliche eingaben bleiben handschriftlich text über eine bildschirmtastatur können wir nur bei anmerkung in ebooks eingeben die akkulaufzeit des kindles scribe ist schwer abschließend zu beurteilen es kommt stark darauf an wie der e-reader verwendet wird bei mir ist der akkustand nach einigen testtagen notizen machen und lesen mit hintergrundbeleuchtung um ca 25 prozentpunkte gesunken ich gehe daher bei normaler nutzung von mindestens einem monat bis 1,5 monaten laufzeit aus wer die hintergrundbeleuchtung ausschaltet wird den kindle scribe hier noch mal weitaus länger nutzen können der kindle scribe ist bei amazon erhältlich und kostet mit 16 gb speicher und dem standard stift 370 euro mit dem premium stift der eine eingebaute radierfunktion sowie shortcuts besitzt kostet der reader ab 400 euro mit dem premium stift ist das gerät auch in weiteren speichervarianten erhältlich unter anderem 32 gb dann kostet der kindle scribe 420 euro und mit 64 gb dann schon 450 euro das sind natürlich nur zeitpreise die sich jederzeit ändern können kommen wir jetzt zum fazit mit dem scribe samt notizfunktion erweitert amazon sein kindle line up um ein interessantes gerät der reader hat ein wesentlich größeres display was für sich genommen schon für manche nutzer spannend genug sein dürfte dazu kommt noch die notizfunktion die gut funktioniert und sehr gut in das kindle betriebssystem integriert ist der kindle scribe ist allerdings ein ebook reader mit notizfunktion und kein epaper notizbuch mit lesefunktion wie das remarkable 2 die unterschiedliche gewichtung der funktion ist der hauptunterschied zwischen beiden geräten interessenten sollten sie vor dem kauf beachten als ebook reader dürfte der kindle scribe dank seiner größe des guten schriftbildes und der anbindung an amazons ebook store für viele interessanter sein als das remarkable 2 dafür müssen nutzer des jüngsten kindle readers abstriche bei den notizfunktionen machen preislich liegt der kindle scribe leicht unterhalb des remarkable 2 das mit dem standard stift aktuell 430 euro und mit dem premium stift samt integrierter radierfunktion 480 euro kostet letztendlich richten sich die beiden geräte an unterschiedliche zielgruppen der kindle scribe an leseratten das remarkable 2 an eifrig notierende die notizfunktion macht den scribe aber zu einem wesentlich produktiveren kindle reader als die anderen modelle mein persönlicher eindruck ist es dass hier ein solides gerät entwickelt wurde was sich an studenten und eifrige leseratten wendet die teilweise beruflich oder auch privat viel hintergrundinformationen notieren wollen gleichzeitig ist das schreibgefühl sehr gut was hier auch mehr als nur notizen zulässt schnell mal einen song komponieren und die noten notieren oder bestimmte gedanken oder entwürfe festhalten das ist hier alles wirklich sehr komfortabel möglich wir werden sehen was der mark dazu sagt aber von mir gibt es einen dicken daumen nach oben wenn es amazon schafft in zukünftigen updates die funktionen hier noch zu verbessern wer mehr informationen benötigt bekommt alle links und hinweise hier noch mal in der video beschreibung zum nachlesen das war es dann schon mit diesem video ich sage tschüss bei bei und winke winke danke fürs anschauen und sehr gern bis zum nächsten video